Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem weißen 5-türigen Wind Platz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 125 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.